Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichten-Podcast vom Standard. Ein kaputter Abfluss im Bad, ein undichtes Dach oder eine Wand, an der der Putz und die Farbischen abbröckeln. Wer in der Mietwohnung oder im Eigenheim etwas zu reparieren hat, die oder der muss in Österreich schnell mal tief in die Tasche greifen und oft auch lange auf professionelle Hilfe warten. Abhilfe schaffen soll der neue Handwerker-Bonus mit bis zu 2000 Euro Förderung für ausgewählte Arbeiten. Aber der Antrag hat einige Tücken. Der Antrag ist derzeit recht groß. Es gab offenbar in den ersten 24 Stunden 7000 Anträge, was dazu geführt hat, dass die Seite zeitweise überlastet war und nicht funktioniert hat. Was dazu kommt? Den Bonus gibt es nur, wenn die Leistung auf Rechnung erfolgt. Und das ist in Österreich nicht selbstverständlich. Sehr viele Häuser in Österreich würden ohne Pfusch nicht stehen. So viel steht fest. Vor allem der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist ziemlich immens. Es sind um fast 1,3 Milliarden Euro mehr. Wir sprechen heute darüber, warum der Pfusch in Österreich so beliebt ist. Wir schauen uns an, ob der neue Handwerker-Bonus daran etwas ändert und wie man im österreichischen Förderungsdschungel am besten an sein Geld kommt. Jakob Flügel, Andreas Tanzer, ihr berichtet für das Standard-Wirtschaftsressort unter sehr vielen anderen Dingen auch immer wieder über die vielen Förderungen und Boni, die es in Österreich gefühlt vor allem in den letzten Jahren noch mehr gibt als bisher auch schon. Und da gibt es jetzt seit ganz kurzem einen sogenannten Handwerker-Bonus. Jakob, beginnen wir bei dir. Was ist das für ein Bonus? Worum geht es da? Das ist eine Förderung für Arbeiten in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus. Man bekommt 20 Prozent der Arbeitskosten bzw. maximal 2000 Euro. Und gefördert wird da so ziemlich alles. Also zum Beispiel Malerarbeiten, Renovierungen, zum Beispiel von Dächern oder von Fassaden. Und in der Jahreszeit wahrscheinlich besonders interessant auch die Installation von Klimaanlagen zum Beispiel. Wichtig zu wissen, man muss diese Arbeiten offiziell machen bei einem Handwerker oder bei einer Handwerkerin. Und übernommen werden dann 20 Prozent der Kosten für die Arbeitsleistung. Das Material wird also nicht bezahlt, sondern nur die Arbeitsstunden. Und man muss deshalb diese Arbeitsstunden auf der Rechnung auch explizit ausgewiesen haben. Das heißt, wenn ich von jemandem die Wand streichen lasse, die Person stellt mir eine Rechnung über 1000 Euro aus, ich würde in dem Fall 200 Euro zurückkriegen. Jetzt nur überschlagsmäßig. Du bekommst die Kosten für die Wandfarbe nicht, aber die Kosten für die Arbeitsstunden bekommst du zurück. Und genau, wenn du 1000 Euro bezahlst für die Arbeitsleistung, für die Stunden, bekommst du 20 Prozent zurück. Also 200 Euro. Wie läuft das dann konkret ab, wenn ich eben so eine Rechnung habe mit ausgewiesenen Arbeitsstunden? Was mache ich dann, damit ich an mein Geld komme? Man muss einen Antrag online stellen auf der Website handwerkerbonus.gv.at. Da muss man sich ausweisen, entweder über die ID Austria oder man kann auch ein Foto von seinem Ausweis hochladen. Und dann lädt man die Rechnung hoch, muss man einige andere Angaben noch machen und dann sollte das automatisch abgewickelt werden. Der Antrag ist derzeit recht groß. Es gab offenbar in den ersten 24 Stunden 7.000 Anträge, was dazu geführt hat, dass die Seite zeitweise überlastet war und nicht funktioniert hat. Aber mittlerweile dürfte das gelöst sein. Das geht aber nur digital oder wie? Das geht nur digital. Für Menschen, die weniger digital affin sind, gibt es Unterstützung beim jeweiligen Gemeindeamt. Also da kann man an die Gemeinde gehen und bekommt dann dort Unterstützung. Ich glaube, du hast schon gesagt, maximal bis zu 2.000 Euro Förderung. Gilt das dann pro Person oder pro Wohnung oder wie? Das gilt sowohl pro Person als auch pro Wohnung bzw. Haus. Ein Beispiel, ich kann maximal 2.000 Euro beantragen als einzelne Person, egal ob ich mehrere Wohnsitze habe. Also selbst wenn ich einen Hauptwohnsitz habe und noch zusätzlich einen Nebenwohnsitz kann ich als Person insgesamt 2.000 Euro geltend machen. Und umgekehrt kann auch in einer Wohnung, wenn dort zwei Personen leben zum Beispiel, insgesamt nur 2.000 Euro geltend gemacht werden. Das heißt pro Person dann im Prinzip 1.000 Euro. Warum gibt es denn das Ganze überhaupt? Ist das schon eine Art Wahlzuckerl von Schwarz-Grün? Das kann man sicher so interpretieren. Es gibt offiziell natürlich mehrere Gründe dafür. Das Erste ist, dass die Baubranche und die Handwerksbranche ja in einer Krise stecken, aufgrund der hohen Baukosten, der hohen Zinsen, der Inflation. Die Baubranche strauchelt ziemlich. Es gibt zahlreiche Insolvenzen. Da soll der Handwerkerbonus helfen. Ob er tatsächlich helfen wird, ist ein bisschen fraglich, weil viele sagen, die Leute werden wahrscheinlich damit Arbeiten finanzieren, die sie in den kommenden zwei Jahren wahrscheinlich sowieso durchführen hätten lassen. Also es kann sein, dass der Unterschied nicht besonders groß ist. Das zweite Ziel der Regierung ist es, Menschen zu entlasten aufgrund der Inflation, weil die Preise natürlich auch für Handwerksleistungen stark gestiegen sind in den vergangenen Jahren. Und auch da ist es ein bisschen fraglich, ob das tatsächlich etwas bringt, weil der Handwerkerbonus ja auch dazu führen könnte, dass HandwerkerInnen sagen, okay, wir wissen, ein Teil der Kosten übernimmt jetzt der Staat. Das heißt, wir verlangen jetzt auch mehr Geld für unsere Leistungen. Also auch das ist ein bisschen schwierig. Und das dritte Ziel ist es auch, zu einem gewissen Grad Fusch zu verhindern, weil natürlich man eine offizielle Rechnung braucht für den Handwerkerbonus und damit offizielle Arbeiten fördert auch damit. Jetzt haben wir vorher schon gehört, dieses Wörtchen offiziell und offizielle Rechnung, was in Österreich ja nicht immer ganz selbstverständlich ist. Andi, dazu hast du die Zahlen und Hintergründe recherchiert. Wie verbreitet ist denn eigentlich Fusch-Schwarzarbeit in Österreich? Sehr viele Häuser in Österreich würden ohne Pfusch nicht stehen. So viel steht fest. Und das kennen die meisten vermutlich auch aus dem eigenen Umfeld, dass auf einer Baustelle nicht zwingend alles mit Rechnung läuft. Aber nicht nur auf Baustellen, auch Elektroarbeiten, Autoreparaturen, Gartenpflege oder Massagen werden gerne einmal einfach so bezahlt. Das ist oft ein Wording. Können wir es auch so machen. Also Schwarzarbeit. Genau. Und da haben auch die meisten Leute in Österreich gar nicht unbedingt ein Problem damit. Also es gibt den Ökonomen Friedrich Schneider von der JKU Linz. Das ist der Schwarzarbeit-Experte in Österreich, der befasst sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema, der kürzlich eine Umfrage publiziert. Derzufolge sehen gut zwei Drittel der Menschen im Land Pfusch eigentlich als Kavaliersdelikt. Und man muss auch sagen, verglichen zu unseren Nachbarländern sind wir in Österreich eigentlich relativ moderat unterwegs. Und je weiter man in den Süden oder in den Osten schaut, umso mehr wird dort gepfuscht. Und das heißt, in Österreich ist dann wahrscheinlich auch eine beachtliche Menge Geld im Spiel, die eben diesen Weg der Schwarzarbeit nimmt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Es ist relativ schwierig, das zu beziffern, weil es ja natürlich keine offiziellen Aufzeichnungen gibt. Aber Friedrich Schneider schätzt das Volumen der Schwarzarbeit heuer auf 34,5 Milliarden Euro. Das sind ungefähr 7,5 Prozent von der ganzen offiziellen Wirtschaftsleistung. Das ist schon relativ viel natürlich. Und vor allem der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist ziemlich immens, weil es sind um fast 1,3 Milliarden Euro mehr. Der größte Verlierer in dieser Situation ist natürlich der Staat, weil dem entgehen Steuern und halt vor allem Sozialversicherungsbeiträge. Aber auf der anderen Seite hat der Pfusch auch seine positiven Effekte, denn große Teile von dem Geld, das schwarz erwirtschaftet wird, fließt dann über Konsumausgaben wieder zurück in die offizielle Wirtschaft. Das heißt, das ist mal die Sicht vom Staat, da entgehen Steuereinnahmen und so weiter. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch diesen Handwerkerbonus, damit eben versucht wird, die Leute zu motivieren, das offiziell zu machen, Aufrechnung. Es schaut natürlich auch gut aus, wenn das wieder anzieht und kann sich der Staat auch auf die Fahnen heften, was speziell im Wahlkampf, der jetzt immer stärker anlaufen wird, sich schickt, wenn man sagen kann, wir haben die Bauwirtschaft so unterstützt, dass das wieder greift. Aber in dieser Studie, die du angesprochen hast, haben die Leute da auch darüber gesprochen, warum sie denn Pfusch als Kavaliersdelikt sind, warum die Leute das eben so bereitwillig eben auch in Kauf nehmen und machen. Geht es da einfach darum, Geld zu sparen? Ja genau, für viele geht es oft einfach nicht anders. Wer schon einmal ein Handwerksunternehmen engagiert hat, der oder die weiß auch, dass es da relativ schnell um hohe Summen geht. Und wenn wir zurückdenken an die letzten beiden Jahre, die hohe Inflation, da geht es manchmal einfach nicht anders. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die, die pfuschen, die sich etwas dazu verdienen wollen, wo sie dann nichts an den Staat abgeben müssen. Und wie der Jakob schon angesprochen hat, die Baubranche strauchelt viele Inflationen, auch die Arbeitslosigkeit ist ziemlich gestiegen. Dadurch nehmen die Schwarzarbeitszahlen dann auch immer zu. Und glaubt ihr, dass dieser Handwerkerbonus bis zu 2000 Euro Förderung da jetzt tatsächlich was ändern könnte? Ja, es ist jetzt natürlich noch ein bisschen früh, um seriös etwas dazu zu sagen. Aber eine große Rolle wird spielen, wie lange dieser Bonus tatsächlich läuft, beziehungsweise wann der aufgebraucht ist. Wenn der das ganze Jahr läuft und auch das ganze nächste, dann kann das natürlich schon was bringen. Und es kann auch sein, dass Leute, die etwas repariert, gebaut oder sonst etwas haben wollen, jetzt den offiziellen Weg mit Rechnung gehen und sonst aber auf Pusher gesetzt hätten, weil eine Rechnung hat ja auch gewisse Vorteile, zum Beispiel, dass man Anspruch auf Gewährleistung hat. Auf der anderen Seite, wer sowieso vorhatte, Handwerker zu engagieren, für die ist es ein angenehmer Nebeneffekt, wenn man vom Staat da jetzt etwas zurückbekommt, ist dann der sogenannte Mitnahmeeffekt. Aber dass dieser Handwerkerbonus jetzt den Pusch komplett beendet, das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Andi, du hast vorher gesagt, für manche Menschen geht es auch gar nicht anders, als dass man sich ein bisschen Geld spart durch Schwarzarbeit. Du hast auch gesagt, für viele Menschen die Pfuschen ist das eine große Motivation, dass sie eben nicht einen großen Teil ihres Einkommens an den Staat abgeben wollen. Braucht es da nicht vielleicht überhaupt viel grundlegendere Gegenmaßnahmen, dass man eben die Steuerlast in Österreich senkt, dass man die Bürokratie vermindert und so weiter, wenn man den Pfusch in den Griff kriegen will? Ja genau, also den vermutlich Wichtigsten hast du eh schon angesprochen und auch der Professor Schneider fordert schon seit langer Zeit, dass die Abgaben auf Löhne gesenkt werden. Das würde seiner Meinung nach am besten helfen und damit hat er vermutlich auch Recht. Es sind ja auch in Zeiten der hohen Inflation jetzt die Abgaben auf Arbeit nicht wirklich gesenkt worden. Das macht sich natürlich bemerkbar. Ansonsten nimmt der Pfusch natürlich immer dann ab, wenn die Konjunktur wieder anzieht. Dafür muss aber mehr zusammenpassen. Also das funktioniert jetzt nicht nur über diverse Förderpakete vom Staat, damit sozusagen das Werkel wieder rund rennt. Das ist ja ein komplexer Prozess. Aber die Entlastungen vom Faktor Arbeit wäre vermutlich der stärkste Hebel. Und wie du gesagt hast, weniger Bürokratie. Ja, wenn Bürokratie in diesem Land abgebaut würde, da wäre vermutlich allen geholfen. Aber das ist jetzt nicht zwingender Hauptbeweggrund, warum jemand pusht oder Puscher engagiert. Also Zwischenfazit, der Handwerkerbonus könnte ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Auf der anderen Seite sieht man, dass die Beliebtheit hoch ist. Also schauen, wie lang der Topf ausreicht und wie viel damit tatsächlich dann verändert wird an den Wirtschaftszahlen in Österreich. Ja, genau. Eine Frage habe ich noch an dich, Jakob, weil wir eben über diesen Handwerkerbonus im Detail geredet haben. Und da fällt mir vor allem auch auf, dass das nicht der einzige Bonus, die einzige Förderung ist in der letzten Zeit. Ich höre davon sehr vielen Dingen, von einem Sanierungsbonus, von einem Reparaturbonus. Man hört von Förderungen für PV-Anlagen, wo die Leute sich eben wirklich fast schon streiten, dass sie in diesen Topf hineinkommen. Warum gibt es denn da gerade so viele Förderungen und wie behalte ich da am besten den Überblick, Jakob? Es gibt sicher ganz viele. Es gibt Förderungen auf Bundesebene, auf Landesebene, auch auf Gemeindeebene. Es ist ganz schwierig, den Überblick zu behalten. Und es gibt natürlich mehrere Gründe dafür, warum es derzeit so viele gibt. Der eine ist, dass wir eine hohe Inflation hatten in den vergangenen Jahren und der Staat versucht hat, die Kaufkraft, die mangelnde Kaufkraft dadurch auszugleichen mit Förderungen, damit die Menschen Geld haben, das ja ausgeben können. Und das andere ist, das ist eigentlich der Zweck von Förderungen und Subventionen an sich, gewisse Wirtschaftszweige zu fördern und auch die Wirtschaft in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Und da liegt in den vergangenen Jahren natürlich der Fokus sehr, sehr stark auf der grünen Wende. Und noch ganz viele Förderungen und Boni, die du angesprochen hast, zielen darauf ab, erneuerbare Energien zu fördern oder klimafreundliche Heizungen zu fördern. Es gibt zum Beispiel den Sanierungsbonus in dem Bereich. Da werden Dämmungen gefördert oder auch der Austausch von Fenstern, damit der Energieverbrauch sinkt. Es gibt die Raus aus Öl und Gas Förderung, die, wie der Name schon sagt, den Heizungstausch mitfinanziert, damit der CO2-Ausstoß sinkt. Es gibt auch eine Förderung von E-Autos in der Höhe von 3.000 Euro. Wer ein E-Auto kauft, bekommt einen Teil zurück. Es gibt eine Förderung von Photovoltaikanlagen, gibt es eine Steuerbefreiung, also man muss keine Umsatzsteuer bezahlen derzeit, wenn man eine Photovoltaikanlage kauft. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Förderungen. Es gibt auf der Website transparenzportal.gv.at eine Übersicht. Da kann man sich durchklicken und versuchen, einen Überblick zu bekommen. Aber ich glaube, so richtig hat diesen Überblick niemand in Österreich. Schauen wir mal, wie gut sich der neue Bonus, der Handwerkerbonus da einfügt. Und wenn es diesen Überblick irgendwo gibt, dann würde ich sagen, bei euch in der Wirtschaftsredaktion, also auf jeden Fall auf derstandard.at und in der Zeitung nachschauen. Und danke auch für den Kurzüberblick heute im Podcast, Jakob Flügel und Andreas Danzer. Danke. Danke, ciao. Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über teure Schokolade und umstrittene Tweets. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Und lassen Sie uns sehr gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar da. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die endgültigen Inflationszahlen für den Monat Juni 2024 sind da. Drei Prozent hat die Teuerung betragen. Das ist der niedrigste Wert seit langem, aber noch immer höher als in anderen EU-Ländern. Preistreiber sind mittlerweile zum Beispiel Gastronomie und Flugreisen. Aber auch, und jetzt müssen sie ganz stark sein, Schokolade. Das liegt aber nicht nur an der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, sondern vor allem auch am Klimawandel. Weil die Kakaoernten nämlich in mehreren afrikanischen Ländern schlecht ausfallen, wird der Rohstoff immer knapper und teurer. Und ganz ähnlich dürfte es mit vielen anderen Naturprodukten auch weitergehen. Zweitens, US-Medien berichten von neun Anschlagsplänen gegen den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Der Iran soll entsprechende Pläne geschmiedet haben, weil Trump noch als Präsident der USA für die Tötung eines iranischen Generals verantwortlich war. Die Pläne sollen amerikanischen Geheimdiensten bereits bekannt sein und es soll deshalb auch schon zu verschärften Sicherheitsvorkehrungen gekommen sein. Allerdings, laut allen Informationen, die jetzt vorliegen, soll es keine Verbindung zwischen den Anschlagsplänen des Iran und dem tatsächlichen Attentat auf Donald Trump vom vergangenen Wochenende geben. Und drittens, apropos Trump-Attentat, dem Social-Media-Comedian El Hotzo, bekannt von Twitter oder Instagram, wurde seine Kooperation mit und seine eigene Sendung auf dem öffentlich-rechtlichen Sender rbb in Deutschland gekündigt. Grund ist ein Tweet, den Sebastian Hotz, wie er mit offiziellem Namen heißt, in Reaktion auf das Trump-Attentat abgesetzt hat. Hotz hat geschrieben, dass die Schüsse des Attentäters Trump, Zitat, leider knapp verpasst hätten. Und, nochmal Zitat, er fände es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Zitat Ende. El Hotzo ist für seine teilweise grenzwertige Satire und auch für antifaschistische und kapitalismuskritische Äußerungen bekannt. Entschuldigt hat er sich für die Aussage nicht und auch in seinen Kommentarspalten finden sich Kritik und Zuspruch. Wer allerdings reagiert hat, ist der Milliardär Elon Musk. Auch ihm soll El Hotzo schon, Zitat, den Tod gewünschen haben, weshalb Musk den deutschen Kanzler Olaf Scholz in seinem Tweet getaggt hat mit der Frage, was ist das? Die neuesten Entwicklungen und mögliche Reaktionen von El Hotzo, die können Sie auf der Standard.at, sobald Sie vorliegen, mitverfolgen und dort auch gleich alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Wenn Sie Feedback oder Anregungen für das Standard Podcast Team haben, dann schicken Sie die gerne an die E-Mail-Adresse podcast.at.at. An dieser Folge von Thema des Tages hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfe mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holup. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.